Krötenechse Animals Tiere Selmkenzi Seltsamkenzi Autor de Seltsam Krötenechsen, Phrynosoma, bilden eine Gattung kurzschwänziger, beiniger Echsen aus der Ordnung der Egoartigen. Sie sind gekennzeichnet durch hohe, verteidigungswirksame Vor- an Kopf und Rücken. Ihre deutsche Bezeichnung verdankt die skurrilen Echsen, krötenähnlichen Körperformen. Ihr krötenähnlicher Körper ist 8-13 cm lang. Krötenechsen leben in Wüten in Mexiko und im Süden der Vereinigten Staaten. Ihre Nahrung besteht überwiegendes Ameisen. Krötenechsen sind Einzelgänger und sich in der Natur fast ausschließlich zur Paarung. Die Tiere sind tagaktiv und ver- meiste Zeit mit der Suche im Auflecken von Ameisen anderen kleinen Beuten. In ihrem natürlichen Lebensraum vergreifen die Tiere bei Regen oder Temperaturen. Scheint die Sonne, kommt zuerst der Kopf der Krötenächen zu fein, der restliche Körper mit Sand bedeckt, bis die Tiere ihre Vor- zur Natur erreicht haben. Dieses Verhalten bietet Ihnen die Zeit, die Umgebung in Ruhe zu bohren und dabei optimiert zu sein. Haben sich die Tiere aufgewahrt, gehen Sie auf Futtersuche. In der Mittagszeit, wenn es zu heiß wird, suchen die Wüstenkröten, den Schatten von Felsen und Hörn oder vergraben sich wie ein Land. Wenn sich die Krötenechse durch einen Angreif gut fühlt, kann sie ihn mit Blut bespritzen, welches sie aus den in Köln schießt.